Ich bin hier mit Nikolai Arndt. Hallo Nikolai. Hallo. Wir sind hier und du hast ein schönes Bild gemalt mit einem Orca. Wieso hast du ein Orca gemalt? Diese Motive gefällt nicht nur Kindern, sondern auch Erwachsenen. Das macht Spaß, wenn jeder mit diesem Orca spielt. Und wie lange hast du die Tridimensionalen Bilder gemalt? Ungefähr, ich kann nicht so richtig sagen, ungefähr seit sechs, sieben Jahren. Ich sehe, dass du inzwischen die Leute hier arbeitest. Und wie sind die Reaktionen von den Leuten hier? Fast alle Leute. Wow, cool. Ja, ich kann das glauben. Du hast gute Farben hier und ein schönes Effekt. Besonders am Abend. Ja. Es gibt ein gutes Licht hier. Das Kontrast. Grün, schwarz, weiß. Hättest du gerne zurück nächstes Jahr kommen? Ja, gerne. Okay, ich hoffe dich zu sehen nächstes Jahr. Und wahrscheinlich hast du eine Idee, welche Bilder malst du nächstes Jahr? Ich weiß noch nicht. Ich habe genug Zeit für bis nächstes Jahr etwas Besonderes vorbereiten. Also wir haben ein Jahr über erst zu denken und wahrscheinlich haben wir alle Ideen für nächstes Jahr. Genau. Vielen Dank Nicolai. Vielen Dank Nicolai.